Vor sieben Jahren hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis bekommen und ganz ehrlich, ich finde, den hat sie nicht verdient. Denn gerade ist die EU alles andere als friedlich, sie rüstet massiv auf. Ich bin ja wirklich von ganzem Herzen Europäer, aber ich möchte kein Europa der Panzer und Pistolen. Ich möchte keine Verteidigungsunion, ich möchte eine Friedensunion. Und da haben wir noch viel zu tun. Ich habe heute mal vier Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist die Aufrüstung der Europäischen Union. Im letzten Jahr hat die EU einen neuen Verteidigungsfonds aufgelegt. Sieben Milliarden Euro zusätzlich sollen jetzt jedes Jahr für Militärisches ausgegeben werden. Plus fast einer Milliarde Euro, um, und das ist jetzt kein Witz, um Straßen und Brücken panzerfest zu machen. Im Kriegsfall müssen die Kolonnen eben rollen. Ein zweites neues Projekt der EU, genannt PESCO, soll jetzt eigenständige militärische Strukturen schaffen, vielleicht sogar eine eigene europäische Armee. Das ist dann nichts anderes als eine NATO 2.0. Nur ohne die USA möchte Europa jetzt eben auch Weltpolizei spielen. Das ist dann nicht mehr mein Europa, das sich bis an die Zähne bewaffnet. Ich finde, wir sollten dieses Geld lieber investieren in die friedliche Beilegung von Streitigkeiten. Ich mag dieses Wort ja, die friedliche Beilegung von Streitigkeiten. Das hört sich oft so an wie linke Träumerei. Aber tatsächlich heißt genau so ein Kapitel der Charta der Vereinten Nationen. Und ich finde, da sollten wir uns häufiger mal dran erinnern. Und da gibt es viel zu tun. Zum Beispiel könnte und ich finde, sollte die Europäische Union jedes Jahr hunderte oder sogar tausende Menschen in Konfliktgebieten ausbilden. Die könnten dann als Friedensfachkräfte vor Ort Prozesse der zivilen Konfliktbearbeitung unterstützen. Der zweite Punkt ist Russland. Es ist ja klar, wenn man in Europa über Abrüstung redet, dann kommt sofort der Einwurf, aber Russland. Und klar, es stimmt, Russland ist im Moment außerordentlich aggressiv. Die Übernahme der Krim war natürlich völkerrechtswidrig. Aber eins ist doch auch klar. Frieden und Sicherheit in Europa kann es niemals gegen Russland geben, sondern nur mit Russland. Das muss keine enge Freundschaft sein, aber eben Zusammenarbeit. Kooperation statt Konfrontation. Die Konflikte zwischen der EU und Russland, die lösen wir ganz sicherlich nicht dadurch, dass wir immer neue Waffensysteme an der Westgrenze Russlands stationieren, sondern auf Dauer lösen wir sie nur dadurch, dass beide Seiten die Sicherheitsinteressen der jeweils anderen Seite auch berücksichtigen. Und ich bin mir sicher, dass auch die Putin-Regierung auf Dauer keine Konfrontation gebrauchen kann. Denn auch die russische Wirtschaft ist auf die europäische angewiesen, genauso wie umgekehrt. Und deswegen gibt es im Moment wirklich eine Chance auf so eine kooperative Sicherheitspolitik. Mein dritter Punkt heißt Fähren statt Frontex. Im letzten Jahr sind im Mittelmeer fast 2.300 Menschen ertrunken. Und das nur, weil die Europäische Union lieber die Geflüchteten anstatt der Fluchtursachen bekämpft. Eine der Hauptursachen für Flucht ist neben dem Krieg die blanke wirtschaftliche Not. Ein fairer Handel, die Einhaltung sozialer Standards durch europäische Konzerne auch im Ausland. Das wären ganz praktische Maßnahmen zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Aber wir leben im Kapitalismus. Wir leben in einer Welt, in der die Merkels und Macrons lieber die Konzerninteressen schützen, als die Menschen auf der Flucht. Mein letzter Punkt sind die Waffenexporte und der geht schnell. Europa rüstet auch den Rest der Welt auf. Allein in Deutschland wurden im Jahre 2017 Rüstungsexporte im Wert von 6,5 Milliarden Euro genehmigt. Ich könnte jetzt all die Waffen aufzählen, die aus Frankreich, Italien, aus Deutschland in die Kriege dieser Welt geliefert werden. Aber das führt ja zu nichts. Denn jeder einzelne Euro, der mit dem Krieg und dem Leiden und dem Sterben anderswo verdient wird, ist ein Euro zu viel. Was wir jetzt brauchen, ist ein generelles Verbot von Waffenexporten aus Deutschland und aus Europa. Ohne jede Ausnahme und Punkt. Zum Schluss nochmal zusammengefasst. Hier meine wichtigsten Punkte, um Europa wieder zu unserem Europa, zu einem echten Friedensprojekt zu machen. Erstens muss die EU in Friedensfachkräfte statt in Panzer investieren. Diese geplanten Rüstungshaushalte müssen gestoppt werden. Zweitens braucht es eine neue Ostpolitik, Entspannungspolitik mit Russland, statt dieser ständigen Provokation von beiden Seiten. Drittens müssen sofort legale Fluchtwege nach Europa geschaffen werden und ein fairer Handeln mit den armen Ländern dieser Welt. Und viertens bin ich im Übrigen der Meinung, dass Deutschland und Europa keine Waffen mehr exportieren dürfen.